Guten Morgen, es ist Sonntag und wir waren gerade mit dem Hund. Und jetzt sind wir schnell doch noch einmal live im Garten. Es sind zwar jetzt bloß wir zwar, aber heute wird noch einmal gefrühstückt hier in diesem Garten. Schau halt, ach Gott, ach Gott, jetzt wird alles entdingst. Ach, schau halt, wie schön. Das ist halt unser Papa, der macht das natürlich immer sehr, sehr schön. Das Auge ist immer mit bei uns. Obwohl ich mehr esse wie das Auge, gell? Sehr, 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 sehr schön. Ja, vielleicht bleibt es doch noch. Jetzt mal, wenn ich denke, ich mache das letzte Foto für diesen Sommer im Garten, wird es doch noch einmal schön, sind wir doch froh. Jetzt werden wir noch einmal live beim Frühstück.